hallo und da sind wir schon wieder zum zweiten part von let's play also wir haben jetzt nichts gemacht wir haben direkt weiter aufgenommen also ihr habt nichts verpasst und wir machen jetzt hier direkt weiter ich schätze mal wir gehen gleich in so eine radioaktive stadt und werden ein paar leute klatschen oder nicht ja wir gehen jetzt auf jeden fall los würde ich sagen hast du dein bett wieder gelegt ich lege das mal in diese kammer hier ich glaube ich darf jetzt nicht das falsch aufmachen ich habe aber noch ein metalwindow im zombie gefunden und ja ich mache jetzt mal eben kurz ein bisschen leer ist ja minimal voll stone hatchet braucht doch keiner so kann laufen das ding let's go wir gehen noch mal pass auf da habe ich dich noch mal gerettet also schön perfekt lederlex willst du eine lederhose nicht eine komplette heile aber eine heile das problem ist brauche ich muss mir ganz kurz neue pfeile bauen ich kann dir obwohl ich habe selber ganz schön im arsch die hat die hat fünf von 15 oder fünf hunden ja er ist voll entspannt jetzt komm ran hier ne david ich muss ja da macht dann fahren mich so lange weil die ist auf einmal voll viel zeug gespawnt alter wir haben nur die nacht abgewartet direkt die mega stadt wieder am start aber die boah ohne mit diese roten zombie fischer wiese alle zwei sekunden neu spawnen das ist heftig so und stabil aber im glück dass wir auf den deutschen server sind auf russens server da werden wir werden wir direkt zermatscht alter david ich bringe mal wenn du möchtest mal radioaktive pinn mit nein meine schuhe sind broken will zu radioaktive ja aber ich muss die schuhe jetzt kurz weg tun weil die broken sind soll der mist also ich weiß nicht ob was ich davon halten soll das geht zu verkackt schnell einfach die haben es minimal geklaut muss ich sagen von minecraft wie du schon sagt ist maximal geklaut die klauen so aus allen spielen so zipfel so daisy da ein bisschen dann bisschen minecraft warte brauchst du brauchst du ja ich hab drei stück das reicht schon seit 20 noch läuft ist auf einmal mega viel zeug sollen wir mal da links auf dem berg das ist immer noch aus vielleicht können wir das reden so mit nix ja ohne alles lasst doch mal lieber erstmal hier schön in zwei der viele gebiete mal gucken ja das ist ja davon damit das holt ich weiß auch leute liegt schon wieder eine leiche und da drin liegt auch eine leiche fackeln 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 ich will mehr fackeln da sind aber keine mehr salam so holz 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 kohle 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 what the fuck so maximal weg da hinten ist noch holz laufen wir mal lang da müssen wir eh lang wo bist du weil er nur anständig hier zu starten und dann kommen einfach alle ein ins gesicht gesprungen ja schon heftig so dng anus alter starker typ manche leute haben echt so geile namen alter so wie nussknacker oder so müsste weiter der nussknacker ist geiler da ist das heilige taus das hat doch keinen sinn weil es kennst du das nicht von meinten von sauspark meine ich welches jetzt nussknacker die nutte die nussknacker ist ah doch ja tümmer tümmer ohne wird das richtig geil pass mal auf weil die sind immer da ist einer da wird direkt der bogen gespannt richtig geil gefilmt hat er so leute hatte echt nichts was machst du mit dem jungen das war ich dachte der hat was lol alter du bist so ein assi so entschuldige dich jetzt im chat alter vor allem denkt er du bist ja ohne witz ich hab gerade so eine sicht gehabt dass ich aus dem fenster so ihn direkt angeguckt habe und er so mich irgendwie okay hat auf dem boot dort der dritte das ist der wasser der wasser das gilt das gilt wo habe ich mich gerade erschrocken bei dir die euch glaubt es im weiter er wurde es nur ein jahrholt der kirk Prozent die in der wäschigen die mann Leute entgeguckt da wird er sich jetzt noch nicht sterben ich bin zu ihm nur ein neuer jaja ne wir töten ja nicht aber der soll sich abhauen der soll uns nicht unser Zeug klauen jo das ist ein Bär da wird oh ja da hab ich wieder meine Schuhe ich hab noch ein Research Guild gefunden warum läuft denn der dann hier lang loll guck mal hier der Typ hatte mega viel Zeug aber der wurde schon alles ausgenommen loll ich wachse mit Dauer jo was guckst du erst mal ein alter hier sind sie auf einmal so fünf Leute wo bist du loll nein die sind da hinter uns sind gerade drei Leute loll das ist noch einer von rechts ja sag ich doch hallo die Dame ohhhhhhhh der Fall wurde da wie er in meinem Kopf ja ich hab mal... Das wär ne Waffe lal ich hab mal Zensuren gemacht ich hab keine Bock mal diese Pillepops zu sehen lass den mal töten ja da rum ballert da nein da wird was abziehen das ist eine junge der ballert und sind weg denn wir machen den kaputt kommen paar random shots nein lass mal gehen der kill uns jetzt lass mal gehen ohne Witz ja wait du weißt ich wollte den Assi spielen lol lol wie du willst was das ist ich bin aber mega kacke mit dem Ding lol das ging ja wohl ich bin echt nicht so stark mit dem Bogen lol ich hab im Headshot gekriegt ich bin so scheiße mit Bogen bin ich echt zu scheiße ich kann keine Waffe wechseln ah jetzt lol 18 Gunpowder das war's allemal wert ich glaub der Typ mit dem schießen kommt immer ich weiß wo der Typ ist der schießt komm wir töten den sollen wir irgendwo campen dann holen wir alter was los der Ball an zwei Leute aber das ist so unkonkret wir werden so sterben dann ist das jetzt Play die halt wieder vorbei lol da sind drei aber einer hat nix wir gehen in die Berge und versuchen einen zu verfolgen der wegläuft oder die die wie soll das denn da weglaufen ich weiß nicht aber du weißt ja wie gut ich aim' ja aber ohne Witz ich hab dem grad durchs Fenster ein Headshot gegeben und du triffst den noch nicht mal wenn du neben dem stehst ja da sind drei Leute sollen wir da hingehen guck die ballern sich Leute das sind vier Leute die ganzen Noobies um alter sind Noobs ich schieße auf die mit dem Bogen ja lass die mit der Waffe versuchen zu zollen von hinten wie wärs sollen wir da mal hinrennen komm wir rennen da hinten alter ich lauf grad alle direkt drauf zu ich bin direkt hinter den ist nicht dein Ernst ob das jetzt die Idee des Tages ist man weiß es nicht lol da unten rennt David und ich hab nix Scheiße ja der ballert auf Hilfe bist du behindert jetzt verpiss dich da jetzt schießt der hat nur ne Pistole den machen wir lol der jetzt schießt er auch nicht what the fuck oh 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 ich hab ihn getroffen einer ballert mit dem Bogen der andere schießt mit der Knarre nicht cool Leute hab den getroffen der eine ist doch auch meine Bogenkünste sind ja ich glaub der eine ist down hier liegt ne leid ne gar nicht lol der trifft mich von da hinten schieb ihn ab schieb ihn ab schieb ihn ab David baaah das war jetzt sterbe ich auch ey ey wie 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 wieso warum Spaß Spaß nein ok das war nur wie von mir tut mir leid das war so richtig scheiße von dir ja ok ich hab mir das verwecken du bist ja schon tot ja aber soviel hab ich eh nicht verloren das mir jetzt ist jetzt mir grad nicht so schlimm obwohl ey lass uns Revolver bauen ohne Witz ich hab kein Bock auf die scheiße ich wollte es ja ja mit Revolver kann ich wenigstens was das war wieder ein totaler Nubi Aktion von Paul Fick dich hast du überlebt ja klar dann secure halt meine Leiche alter was los mit dir ja genau genau weißt du ich ey jo ey jo ey jo ey jo in dem haus was wir gemacht haben sind wieder Leute nein die tot blue 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 ahja die liegen da bewusstlos sagst du nein da steht einer drin ach gut ich raste aus bei diesem David ist doch nicht so schlimm ne ich wollte einmal bei Action mitmachen ich dachte aber ohne Witz ich hasse den Bogen ey ich hasse den Bogen einfach nein der ist wirklich geil den musst du treffen damit ja das ist mein Problem ich bin so an Waffen gewöhnt dann sowas low quality mäßiges bin ich nicht mehr gewöhnt ich hab dann auch so ne heftige Entfernung eben noch einen Hit gedrückt aber der Bogen macht halt irgendwie auch nicht so viel Damage es geht ja aber was ich mega provokant fand war der der nicht gestorben ist nachdem ich ihm einen Headshot gegeben habe was ist das denn bitte ja das war nicht so stark zwei Leute sogar wie geil der Pfeil einfach in seinem Kopf gesteckt hat ja war der so geil im Kopf alter so geil ja wir einfach vor allem ich meine früher ging das aber noch ich weiß noch weißt du noch diese zwei Typen die ersten die wir geradet haben ja ne die ersten die wir geradet haben waren die die uns geradet haben stimmt die wir dann nachher gekillt haben als die AFK stand wir haben natürlich uns ein hartes Battle geliefert hallo ja so ist das bei uns ein Battle nach dem anderen ne aber die ohne Witz ja da habe ich ein One Head im Kopf mit dem Bogen und der hatte ne Rüstung an der Komplett und das ist dann los er soll vorkommen ich muss mal kurz zu meiner Leiche gehen und mein Zeug wiederholen so geht es ja nicht ich bin wieder am Stößen übrigens wo bist denn du ich bin in Small Reds ich bin bei uns zu Hause okay also wenn ich jetzt sterbe verließe ich ne Pickaxe und nen Bogen ohne ohne nein da ist keiner in dem anderen Haus der liegt da tot rum oder schlafen halt lass da mal rein wir können uns da rein bauen was bringt uns das wir haben uns auch rausgebaut hä lol da hinten oh nö die sind hier noch alter ja die betreiben hartes Bambi fast Fisting alter die müssen glaube ich mal gefistet werden lass mal ohne Witz Revolver machen baue mir einen mit neuer nur guck nämlich an oder guck ich sie an nö alle die haben Waffen das blöd das Spiel ist blöd die Hopsener die ganze Zeit rum alter keine Ahnung was die Form was äh äh ich hab noch ein Research Kit übrigens gefunden doch ist das so stark ey David du hast doch ein Video dazu gemacht ah ne lass uns das scheiß auf Research Kit erforschen warum das kann man sich eh nicht leisten das kostet 20 low quality metal alter ja eben ist natürlich immer gut das zu können aber es kostet trotzdem mega boah komm einmal noch nach Small Red ey ich brauch ne Waffe gibt sie mir ich will sie richtig hart ja will sie richtig oh yeah naja alter wenn ihr niemand die Sachen aus der Kiste nimmt dann responde auch nix ich mach's aber auch nicht lol okay der war aber schon relativ lustig ne das kommt früher ey das hat dir noch nie der ist voll entspannt kann man sogar schäuern kann man nicht so viel Muni dafür doch jetzt nehm ich die ganze Muni ich will auch noch welche ja aber wir haben nur 20 Muni oder so ein Start ja und heute ne Dom du kriegst 15 nicht krieg 15 ok und holo wie sie gefunden lol jetzt ein anderer Spieler ich kill den lol der ist einfach umgekippt und ist ich hab den einen nicht gegeben dann ist er schlafen gegangen und dann habe ich noch nicht gegeben und er wird rot laut läuft bei dem k 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 doch nicht das Enthroh hat es gibt das war noch geklärt die Projekte Waffenkiste 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 Leiser Zeitgeber da Prozent mehr stadt sich durchs Volk also positive Stimmung machen K in der Nähe der Schmerz der Leiche und bestimmt die haben garantiert nicht alles mitgenommen ich hatte so viele unnötigen es darf nicht den kann der feld und minister jeder von der linge also fünf leichen als ob die da alles mit haben außer ihr haus ist es was direkt daneben steht ich latsche weil ich so gerne latsche logik so ist die frage wo die leiche genau war irgendwo oder die haben so lehrge machte noch mal davon ist bei dem 1 bitte nicht das noch zeug immer da drinnen aber auf mich wird gerade geballert der ist der kürze die einem die überguckt das eine ding was überguckt das war auf mich wurde gerade hart geballert mit 35 habe überlebt aber man immer in der leiche war aber noch zeug drin aber ich glaube ich lauf lieber ich komme zurück ich will jetzt ein revolver ja kannst du können bei unserem neuen haus holen in der nächste in der nächsten Session wird dann richtig schön haben ja ist es damit dann richtig schön Leute gekillt mit einem Hardcore-Roll war geballt werden bis in der Welt ist L L L L Prozent passende von der von der Schnellung 9 9 0 wieso im kreislauf ich komme jetzt zurück ich schnitt mal kurz den weg raus das ist ein bisschen so da sind wir auch schon wieder beim haus und da läuft laufen zwei spieler lang die vergrößern ja aus komm runter komm runter die wollen unser ausbreiten digga aber ich habe kaum leben deswegen glaube ich killen die mich aber die sind beim haus der eine ist nackt aber den kill ich jetzt aber gekillt habe angekillt aber da oben sitzt noch einer drauf okay ich werde ihn wegkosten ich nehme mal das zeug ist ja da wollte gerade reinkommen die bauen bei uns direkt neben uns zu sparten wir müssen die killen die haben die foundation da wo wir uns durchgebaut haben er läuft weg ich habe ich lauf gerade hinter dem typ mehr alter du bist nackt ja und problem die wölfe relativ euch schade ich dachte er hat sich die beine gebrochen alter weil der ist ja mega strange alter wie einfach wegläuft von mir so hätte er mich jetzt erwischt wäre ich da und gewesen ich würde sagen hilft mir ich weiß nicht wo du bist ich auch nicht ich komme jetzt aber glaube ich zurück auf falsch gelaufen shotgun blueprint nice irgendwie sehe ich nichts ich komme zurück ein tier muss mich nur angreifen und ich bin tot siehst du meine fackel kommt zu mir schnell ich habe zehn habe ich habe ihn gedrückt und er mir und hat sich noch so zehn habe ich ein bisschen schiss ist der hinter mir äh kill mal das vier ist ja kill mal nee lass es doch lass es doch und killt halt wow maximal verfolgerung damit reichen tschüss warte oh mein gott wie geil oh da kommt das zeug in den ofen warte so ja alter hier schmeißt du hast du eine gemacht hast du dir eine p250 gebaut nein ich habe ich habe revolver mit du wirst es nicht glauben einem schönen visier und stadt gewählte die stadt weil das sieht echt aus wie eine p250 ist schlecht so das kann ich auch noch dran bauen damit habe ich eine schöne flashlight flasht flasht aber ey wir müssen irgendein ding die typen machen die die chillen direkt neben unserem haus das ist nicht cool okay ich würde sagen das war es dann jetzt mit dem let's play und ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten mal dank dass ihr zugeschaut habt und tschüss 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 Vielen Dank.